ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Leon, Helena, wenn Sie da drin sind, haben wir keinen Kontakt. Ich verfolge Ihre Bewegungen, aber seien Sie wachsam. ARD Text im Auftrag von Funk Wie können die Züge noch fahren? ARD Text im Auftrag von Funk 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 Was ist das? Hey! Hey! Machen Sie die Tür auf! Schnell! Ich muss Peter retten! Bitte! Okay. So werden wir nie bei der Kathedrale ankommen. Halt! Nein! Nicht aufmachen! Oh, Gott! Bitte! Bitte! Halt bitte! Ich komme! Ha! Ah! Ah! Ha! PETE! Oh! Ah! Ah! Ja! Ja! Gut, Sie haben es geschafft. Von da aus erreichen Sie die Straße. Wie sieht die Lage da oben aus? Ziemlich schlecht. Keine Aufwehren ist keine Übertreibung. Roger! Sie müssen durch diesen Teil der Stadt, um zur Kathedrale zu kommen. Bleiben Sie auf Empfang, falls Sie Probleme haben. Helena, Auto! Warum kommt mir das nur wie die Spitze des Eisbergs vor? Durchhalten, ich helfe ihnen! Geh! Raja! Das kommt mir so bekämpft. Raja! Hüah! Sehr gut. Danke fürs Helfen. Unter Alarm bist du noch alle zu uns da. Nur wenn wir hier warten. Los! Da gehen wir wohl nicht lang. Okay. Okay. Gute Idee. Drinnen ist es auf jeden Fall sicherer für Sie als draußen. Vielleicht können wir sogar kurz verschnafen. Ich hab gesagt, wir müssen uns beeilen. Hüah! Hüah! Wie? Hüah! 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 Das U-Boot der Negi verschwand am 26. dieses Monats um 23.27 Uhr. Vorseitig verschwinden! Mist! Verschlossen! Das U-Boot der Negi verschwand am 26. dieses Monats um 23.25 Uhr. Unfall ist verschwunden. Konnte jedoch noch ein letzter Fuchsprung empfangen werden. Der Fuchsprung ist auf den Angriff einer Unbegrenzung. Ja! Gäußer! Gopes! Was ist das? Dieses Kreischen. Wie Nägel auf einer Tafel. Ja. Vorwärts. Ja. Vorwärts! Hannigan, die Tür ist zu! Verdammt! Kommen Sie irgendwie über das Tor? Und rüber, los! Hüah! Hüah! Leon, siehst du auch! Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Gute Arbeit! Warum passiert das? Nein! Ich will nicht sterben! Überlebende, los! Wir müssen ihnen helfen! Sterb, verdammte Kannibalen! Ich muss im Teufel dann näher! Mein erster Tag als Polizist, dann schau ich nicht mehr! Lieber Benni, das ist ein Zombie! Hör! Peter, verlassen mich nicht! Woüber die Schnapp? Du äckst dich nur auf! Ruhig bleiben, Leute! Erst zählen, dann schießen! Sind Sie jetzt der Anführer? Ja! Peter, warte! Lassen Sie ihn! Wir ziehen uns um! Verdammter Mist! Schießt auf das Benzin! Wir befördern Sie ins Jenseits! Leon! Warum passiert das? Nein! Ich will nicht sterben! Überlebende, los! Wir müssen ihnen helfen! Schnapp, verdammt! Der kann überein! Und zum Teufel kommen wir her! Der Polizei ist dann schon nicht mehr bereit! Lieber bin ich tot als ein Zombie! Peter, verlassen mich nicht! Du hast übergeschnappt! Du hältst mich nur auf! Hör! Wurschlapp, Werke! Erst zählen, dann schießen! Mit dir darfst du raus! Du! Du! Verdammter Mist! Hör! Hör! Du! 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 Schießt auf das Benzin! Wir befördern Sie ins Jenseits! Hey, los! Hier ist es sicherer! Es ist ein Waffenladen. Holen wir Nachschub. Vermutlich sind da auch Überlebende. Was meinen Sie? Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Ja, ich! Und zwar hier oben! Jetzt verschwinden Sie! Na los, Mann! Öffnen Sie! Lassen Sie uns rein! Vergessen Sie es! Diese Dinger sind überall im Laden! Entweder beseitigen Sie sie oder die Türkant verschlossen! Wofür hält er uns, Kammerjäger? Wofür hält er uns? Wofür hält er uns? Wofür hält die Türkant! Geht's! Away from her! Peter, hilf mir! Lehen Sie meine Hand! Alles okay? Gere, siehren Sie nicht den Held! Die hält uns doch nur auf! Was ist denn los mit ihm? Ist sie nicht ihre Freundin? Ich bin nicht in der Lage, siehren Sie! Ich bin nicht in der Lage, siehren Sie! Mist, die Waffe, Glam. Wer mit der Waffe? Klar, ihr Schwachköpfe dürft gern kämpfen. Ich werde von hier verschwinden. Und jetzt! Nein, weg, weg von hier! Verlangen Sie! Nein! Nein! Was ist das? Sieht ganz so aus. Die Luft ist rein. Machen Sie uns endlich auf. Na gut. Kommen Sie raus, bevor ich mir Handlos überlege. Na los! Keep awake now. Das war ganze Arbeit. Ihr habt Glück. Es müsste gleich ein Bus kommen, der mich abholen soll. Falls wir den erreichen, geht es direkt zur Tall Oaks Kathedrale. Von dort werden Leute evakuiert. Habe ich im Radio gehört. Aber wie gesagt, falls. Draußen ist die Hölle los. Wir warten nicht auf Nachzügler. Hey, Japaner! Kümmere dich um die Gitter! Hey, hey! Wacken zu gehen! Die Menschen sind die Schmerz von woanders auf. Meine Pfie! Wir gehen jetzt! Lass uns rein! Echt auch los! Die Das war Das war Das war Das war Oh, 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 oh! Wir können nicht hierbleiben! Alle nach nebenan! Na los, Leute! Übergröße! Leon! W- cuid sind, Leute! Möge Kondor, und da! W-w-w-w! B-w-w-w-w-w-w-w! jetzt übergröße der wird den ganzen laden zum einsturz bringen hier Heilige Scheiße! Helfen Sie ihm! Ich gebe Deckung! Beutaten! Verhalten! Vergessen Sie sich! Steppen Sie sich selbst! Nein! Wir schaffen Sie alle wieder! Gehen Sie sich! Gehen Sie sich! Geh beruh' dich da Leute! Wir müssen runter strafen! Der Lothar ist lang geschlafen. Lass uns! Wir alle still breathing? Was? Bringen Sie uns hier raus! Der Pettlack steht uns für den Weg! Ah, verdammt! Der Lothar kommt! Der Lothar kommt! Mann! 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 Geht ja eine los in der Hölle! Verdammt! Hat er fast geschafft! Los, schnell! 1